Ich bin Wolfgang Recheleit, Lehrer an der Marienschule für Sport. Wir haben an der Marienschule eine Rhön-Rat-AG, eine Arbeitsgemeinschaft für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5, die seit etwa 26 Jahren besteht. Von Windberg lädt ein, sind wir eingeladen worden, mit den Grundschulen ein Programm zu machen, um unsere Schule, um die AG, um das Besondere in Windberg vorzustellen. Die Zuschauer animieren uns zur Höchstleistung. Vielleicht können Sie auch sehen, wie das eine Mädchen extrem in den Himmel springt, aus lauter Freude. Das macht Spaß. Und es macht auch Spaß, wenn der Applaus losbrandet.